In der zweiten Runde geht es jetzt darum, dass wir diese allgemeine App jetzt etwas modifizieren zu unserer Rechner-App. Das heißt, ich sage, meine Anwendung ist eine Rechner-App und muss dann vorher sorgen, was ist die Rechner-App. Klass Rechner-App ist eine App und die kann noch gar nichts und deswegen schreibe ich hier mal Pass rein, speichere das ab und wenn ich das jetzt starte, dann habe ich hier oben schon mal Rechner stehen. Das ist schon mal ganz nett, aber das ist noch nicht allzu viel, also werde ich jetzt die Oberfläche beschreiben, indem ich ein neues Dokument anlege im gleichen Verzeichnis, das heißt jetzt Rechner.kv und ist eine Datei, die die Oberfläche beschreibt. Ich öffne die wieder und schreibe jetzt rein, ich habe ein Box-Layout und dieses Box-Layout besteht aus einem Label, also irgendwas, wo man Text draufschreiben kann und einen Button, einen Knopf, den man drücken kann, speichere das ab und starte das Programm neu und jetzt habe ich diese beiden Sachen da. Das ist das Label, wenn ich da draufklicke, dann passiert was und hier passiert gar nichts. Natürlich ist das zu einfach, das Label sollte vielleicht jetzt noch eine Eigenschaft haben, einen Text und dann gebe ich das einfach so vor. Und bei dem Button braucht man auch einen Text. Und da es ein Rechner werden soll, wäre doch eine vernünftige Sache, hier bei Rechner hinzuschreiben. Ich speichere das ab, starte und habe hier schon mal diese beiden Buttons da und damit habe ich schon einen Rechner, der zumindest etwas anzeigt und der auch die Möglichkeit, etwas zu tun vorsieht.